Ich hab Mama gestern reden hören. Da sind Leute, die ihr wehtun wollen. Mach dir deswegen keine Sorgen. Versprichst du, dass nichts passiert, Carl? Ich verspreche es. Hallo, Mama. Wir sind im Park. Guck mal. Natalie? Natalie? Natalie! Sie ist im Fokus der Medien. Sie erhält laufend Drohungen. Sie arbeitet bei der SEPO. Das sollen also SRS-Ausgebildete Militärs sein, die hinter der Entführung meiner Tochter stecken? Jeder ist käuflich. Ich muss ein Team mit militärischer Erfahrung zusammenstellen. Wir holen Natalie da raus. Und wir bringen sie nach Hause. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie allein handeln. Wiederhören. Carl, so wird das Ganze zu einem reinen Selbstmordkommando. Du hast alles für meine Tochter, hab ich gehört. Ich bin ihr Taufpate. Weil ich entschieden habe, dass du ihr Taufpate wirst. Ich bin ihr Taufpate. Ich bin ihr Taufpate. Untertitelung des ZDF, 2020